Wenn der Coronavirus unterwegs ist, was ist auch unterwegs, ist die Frage nach Reparation, der ökonomische Ausdruck für Wiedergutmachen, obwohl es nie wirklich möglich ist, sowas wiedergut zu machen. Und dazu kommen die Fragen von Wer ist schulig, wer ist verantwortlich und so. Das hat mich interessiert. Dieses Lied heißt Wer zahlt, was zählt. Der Krone kommt aus China, Dronenbomben aus den USA, beide fliegen über Grenzen, ob legal, bringen tödlich Gefahr. Reparation ist, was es braucht, denn wäre es eine bessere Welt, aber meine Frage ist, wer zahlt, was zählt. Reparation ist, was es braucht, denn wäre es eine bessere Welt, aber meine Frage ist, wer zahlt, was zählt. Reparation ist, was es braucht, denn wäre es eine bessere Welt, aber meine Frage ist, wer zahlt, was zählt. Vielleicht, Herr Goldwell, er der Hauptdarsteller spielt, nur schade, dass er nicht existiert. Reparation ist, was es braucht, denn wäre es eine bessere Welt, aber meine Frage ist, wer zahlt, was zählt. Wenn wir die Menschheit selber verantwortlich für ihr Benehmen sein, Mit Gier, Krieg und Ausbeutung, Lügen statt Herrlichkeit, kommen wir nicht weit. Und meine Frage ist, was zählt, was zählt, was zählt. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020